Du möchtest auch frei werden von Pornografie? Dann möchte ich dir einfach hiermit ein paar Tipps an die Hand geben. Das Erste ist, dass es wichtig ist, dass du einfach zugestehst, dir selbst zugestehst, dass du Hilfe brauchst. Wenn du denkst, dass du das alleine hinkriegst, dann wirst du nicht frei werden von Pornografie. Du brauchst Unterstützung von außen. Du brauchst Menschen um dich herum und du brauchst Hilfe. Ein Hilfsangebot ist zum Beispiel das von Free Indeed, die Organisation, die Inke und ich gemeinsam gegründet haben. Wir haben Online-Kurse, die einfach direkt da anknüpfen und dir helfen, rauszukommen aus der Pornografie-Sucht. Und dann gibt es fünf Prinzipien, die dir helfen können, rauszukommen aus der Pornografie-Sucht. Wir nennen sie die fünf Prinzipien der Freiheit. Und sie sind deine Motivation, radikale Ehrlichkeit, radikale Amputation, das mit dem Wort Gottes kämpfen und deine Würde und Identität. Diese fünf Dinge, fünf Prinzipien, helfen dir, wenn du die in deinem Leben hast, in Freiheit zu laufen. Das erste ist deine Motivation. Warum willst du frei werden von Pornografie? Das ist eine Frage, die du dir stellen musst. Ich habe sie mir viel zu spät gestellt. Warum will ich denn eigentlich rauskommen aus dem Ganzen? Und die ganze Zeit davor, bevor ich frei war, habe ich gesagt, naja, ich will einfach ein guter Mensch sein. Ich will meine Frau nicht verletzen. Ich will ein guter Christ sein. Ich will effektiver sein. Am Ende des Tages ging es nur um mich. Also ich, ich, ich. Und es ging nicht um Gott. Es ging nicht darum, dass ich eigentlich mein Leben zu Gottes Ehre leben möchte. Und ein Leben in Freiheit, ein Leben weg von der Abhängigkeit von Pornografie, gibt Gott die Ehre. Und in dem Kampf dahin gibst du schon bereits Gott die Ehre. Das zweite ist radikale Ehrlichkeit. Es ist klar, dass Lügen im Dunkeln ja einfach größer werden. Und da wächst einfach das Ganze an Macht. Und deswegen ist es wichtig, dass du erstmal ehrlich mit dir selbst bist. Dass du aufhörst, dich selbst zu belügen, sondern die Dinge, die wirklich so sind, wie sie sind, dass du anfängst, die auch so zu benennen. Und auch, dass du dir dann jemanden suchst, mit dem du offen darüber sprichst. Das dritte ist radikale Amputation. Und da wird der Kampf richtig ernst. Da geht es darum, dass du bereit bist, alles auf dem Verhandlungstisch zu legen. Dass nichts irgendwo versteckt in deiner Hintertasche noch bleibt, sondern dass wirklich alles, und da meinen wir auch alle deine Geräte, alles, was dir Zugang verschafft zur Pornografie, muss auf den Verhandlungstisch vor Gott gebracht werden, um einfach zu sagen, okay, Gott, für eine Zeit lang oder für jetzt muss ich mich trennen von diesen Dingen, die mich immer wieder da hineinführen. Und es ist kein leichter Prozess, weil wir leben einfach in einer medialen Welt. Und ich bin kein Verfechter von Medien aus dem Fenster rausschmeißen. Aber es ist wichtig, dass wir gut damit umgehen und dass wir lernen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wo muss ich mich für eine Zeit lang trennen davon? Und vielleicht tut es auch ein normales Handy und kein Smartphone. Für eine Zeit. Weil ich mich einfach trennen muss von den Dingen, die mich immer wieder da hineinbringen, Pornografie zu konsumieren. Prinzipien 4 ist das Wort Gottes. Und zwar, dass du lernst, mit dem Wort Gottes zu kämpfen, Wahrheiten zu nehmen. Auch die Wahrheit hinter der Pornografieindustrie. Dir mal anzuschauen, was geschieht denn da eigentlich vor der Kamera? Ist das wirklich so, wie ich mir das vorstelle? Oder laufen da ganz andere Dinge ab? Und ich muss dir sagen, es ist total wichtig, das zu kennen und zu wissen, wie die Pornografieindustrie tickt. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass du weißt, was sagt Gott über mich und was sagt Gott über Situationen? Und dazu brauchst du das Wort Gottes und du musst lernen, mit dem Wort Gottes zu kämpfen in Zeiten der Versuchung. Und das Letzte ist deine Würde und deine Identität. Zu wissen, wer du bist in Gott, wie Gott dich geschaffen hat, wer du eigentlich bist, ist so zentral. Der ist wie so der Grundstein, auf dem du dein ganzes Leben baust und deine Freiheit eigentlich auch gebaut wird. Weil in dir ist Freiheit schon bereits gepflanzt. Weil wir sind für die Freiheit geschaffen. Das heißt, für jeden, der gebunden ist, ist eigentlich schon bereits Freiheit schon da. Es ist nur die Frage, wie kommt man da rein? Indem man weiß, wer man ist und wie Gott uns geschaffen hat. Und ich hoffe, dass dir diese fünf Tipps, diese fünf Prinzipien der Freiheit helfen, auf dem Weg raus aus der Sucht. Und wenn du Hilfe brauchst, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du dich an mich wendest. Ich bin bereit auch, dir da deine Fragen zu beantworten. Ich bin bereit auch, dir da deine Fragen zu beantworten.